Dieser wunderschöne Ford Focus Trend EcoBoost könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Spiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, auch hinten. Auf der Rückbank finden bequem drei Personen Platz. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Ihre Sicherheit in diesem Fokus sorgen rundum ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und die heizbare Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Focus Trend EcoBoost und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismarern freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.